Gisbert, ich bin bei dir! Wie das? Nächster Stadtarm, St. 57, Gisbert Wädele mit Lucy von Alakei Weststadt. Wir werden wieder Weizenbrieks im Ziel. Martina rennt. Als erstes noch keiner trinken. Darf der so, sag mal? Sollten wir aber gerade mit dem Glas nachrennen? Achim, geh mir Weizenglas vor. Da freut dich. Ganz, ganz toll. Absolut. Überleg mal, Martina. Achso, ne. Ich schwätz jetzt nicht so viel. Komm, komm, komm! Das ist der Hammer, das ist der Hammer. Vor! Tunnel, Tunnel! Komm, komm, komm! Bring her! Komm, komm, komm! Bravo! Ja, ja! Vielen Dank.